Mann, Bild! Ja genau, 65 Jahre Bild. Für dieses Jubiläum schlüpft das deutsche Supermodel Tony Garn vor französischer Kulisse in ein schwarz-rot-goldenes Strandoutfit. Starfotograf Tony Kelly lässt die 24-Jährige mit deutschen Klischees spielen. Ob mit Gartenzwerg, Zöpfen, Adiletten, Tennissocken, Kühlbox und Dosenbier, Tony Garn macht immer eine super Figur. Tony und Tony hatten sichtlich jede Menge Spaß beim Fotoshooting in Cannes. Mein Name ist Tony Garn. Ich bin ein German Supermodel und ich bin hier heute mit Tony Kelly. Ich habe mich mit vielen, vielen guten Fotografen, aber es war etwas anderes heute. Und ich weiß, es hat mir auch meine feminine Seite gebracht. Ich bin so glücklich. Es war wirklich großartig, danke, Tony. Aber ich fühlte, ich fühlte mich, ein bisschen nervös, weil er schlägt, aber es ist immer sehr feminin und sexy. Du warst so sexy heute heute, Tony. Und wie ist es bei Fotografen? Es ist unglaublich. Ja, sie ist eine großartige Modell. Sie hat so gut heute. Sehr sexy, sie weiß, wie man die Bikini sehr gut arbeiten kann. Es war eine große Ehre für mich. Uhlala, ja, dieses Ergebnis ist definitiv sehr sexy.